Musik Vergangene Woche hat Christina Wied uns geschildert, wie ein typischer Tag für sie als freiwillige Helferin bei der St. Ingbert der Flüchtlingshilfe aussieht. Es ist aber nicht nur Christina, die in St. Ingbert mit anpackt, sondern eine Vielzahl von freiwilligen Helfern. So zum Beispiel auch Johannes Sehn. Was er so macht, hört selbst. Mein Name ist Johannes Sehn, ich bin eigentlich in Frührente, bin dazugekommen, weil ich gesehen habe, dass Hilfe gebraucht wird. Ich habe mich bei Frau Wied gemeldet und bin seitdem, seit zwei Monaten, quasi täglich im Einsatz. Nun, wir haben natürlich sehr viele Schutzbedürftige oder Hilfsbedürftige, also unsere Klienten sozusagen, die syrischen Familien auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Spender, die auch zahlreich sind und sehr gute Sachen spenden. Und an mir und an Frau Wied selbstverständlich ist es dann, die Koalition zu übernehmen. Also sprich, was kommt wohin, wann holen wir was ab. Und um das dann in die Tat umzusetzen, das nimmt so eine Stunde am Tag in Anspruch, haben wir den blauen LKW, der gespendet wurde. Und mit dem fahre ich dann mit meiner Truppe von Helfern, was alles Syrer sind, transportieren Möbel von A nach B und helfen natürlich auch hier alles standzuhalten. Auch mit dem Syrer Hadi konnten wir sprechen. Im Interview gibt er Antwort auf die Frage nach kulturellen Unterschieden und berichtet uns von seinen Erfahrungen mit der St. Ingberter Flüchtlingshilfe. Ich bin Olabi, Abdul Hadi Olabi. Ich bin hier in Deutschland seit sieben Monaten. Ich komme aus Syrien. The most important thing that here, man feel that he is respected here in this country. And this thing we miss it in Syria. There is not big cultural difference, but of course there is some difference. But we can manage with that. It's not so big deal. The worst thing is bureaucratic procedures. It took too long time to achieve anything here. In St. Ingberter, I think the whole situation is very good. The only not good thing is that they put much people in one room, maybe sometimes four people, five people in one room and it's not good. But other things are so good, especially this store here I took for my family furniture and it was very, very helpful for me. Solltet ihr Lust bekommen haben, auch mit anzupacken, dann hat Christina jetzt noch ein paar Infos für euch. Ja, also benötigt werden, glaube ich, mittlerweile bundesweit dringend Herrenkleider in kleinen Größen. Herren-Winterschuhe, dicke Kleidung. Mit Kinder- und Damenkleidung sind wir sehr gut ausgestattet, aber Herrenkleidung fehlt. Einbringen kann sich jeder bei uns sehr gerne. Wir sind tagtäglich damit beschäftigt, die Kleider zu sortieren, die Hausrat, die Gegenstände, alles was kommt, zu sortieren und einzuräumen. Von daher kann man sich eigentlich wirklich täglich hier einbringen. Und ansonsten kann man natürlich auch gerne Patenschaften generieren. Das vermitteln wir auch. Um mit Christina Wied und der Flüchtlingshilfe St. Ingbert in Kontakt zu treten, könnt ihr einfach der geschlossenen Facebook-Gruppe Flüchtlingshilfe St. Ingbert beitreten. Dort könnt ihr euer Hilfegebot anbringen und bleibt immer auf dem Laufenden.